Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN Germany. Ukraine meldet Erfolge rund um Kharkiv. Der ukrainische Präsident Selenska Psylonjot hat die Einsatzbereitschaft seiner Soldaten gelobt und Geländegewinne bei Kharkiv gemeldet. Für die im Stahlwerk in Mariupol eingeschlossenen Kämpfer sieht er wenig Hoffnung auf Befreiung. Der ukrainische Präsident Volodey Psylonem Psyloner Selenska Psylonjot hat Erfolge der Streitkräfte in der Verteidigung gegen Russlands Angriffstruppen gemeldet. Dem ukrainischen Militär gelinge es, die russischen Kräfte allmählich aus Kharkiv im Nordosten des Landes hinauszudrängen, sagte Selenska Psylonjot in der Nacht. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs vertrieben seine Truppen die russischen Soldaten aus vier Ortschaften im Nordosten von Kharkiv. Ziel sei es, sie zurück an die russische Grenze zu drängen. Selenska Psylonjot lobte Mut und Opferbereitschaft der Truppen seines Landes im Kampf gegen die russische Armee. Ich bin all unseren Beschützern dankbar, die sich verteidigen und wirklich übermenschliche Stärke zeigen, um die Armee der Eindringlinge zu vertreiben, sagte er am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache. Und das im Kampf gegen die einst zweitstärkste Armee der Welt. WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.